Hallo, Neues vom Puzzle Spaß, Puzzle Nummer 4. Hawaiian Food Truck Festival, das habe ich zu Weihnachten von meiner Schwester bekommen. Import aus den USA, kein Zellophan drum und auch keine Tüte im Inneren, wo die Puzzleteile drin sind. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da war natürlich ordentlich was los. Die haben ganz viele unterschiedliche Teile von der Firma Buffalo Games, 2000 Teile. Und dazu kommt noch, dass da so ein Poster mitgeliefert wird. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Fand ich mal ganz schön und mal was anderes. Das vierte Puzzle ist auch gepuzzelt und hier das Video dazu. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.